Hallo meine Freunde, könntest du mit dem Film Boss? Hier kommt zu meinem Video, meine Freunde. Katja, krase Wutte, pack dir in eine neue Box. Einfach ein Lackbilder, verdammt doch mal Katja. Du weißt schon, dass du irgendwie 13, 14ige Fans hast? Männer und Frauen. Was sollen die Frauen denn denken, Digga? Die können damit ja nichts anfangen. Sollen die sich irgendwie ins Zimmer da hängen? Irgendwie ein Poster oder Bilder von dir? Und da kommt die Mutter rein, was denkt die denn dann? Dass ihre Tochter vielleicht, du weißt schon, ist. Oder für was sie da komischer Fan ist. Oder ob sie von irgendwelchen P-Stars da irgendwie Bilder aufgehängt hat. Oder was ist denn da los? Leute, oder die Jungs, die diese Box nur wegen dieses Kaufen. Leute, die hat Oldfans. Oder keine Ahnung, geht auf P-Seite. Der könnt ihr das auch holen, verdammt nochmal. Dann müsst ihr nicht diese Box kaufen für 40, 50 Euro. Mein Gott, Katja. Damit lockst du diese kleinen, notgeilen 12-Jährigen an. Und dann irgendwie diese Hardcore-Weiber-Fans, die du da hast. Das ist falsch. Das Vibrato war auch schon ein Fehler von dir. Das war nicht gut. Okay, meine Freunde, das war's wieder von 0 an. Prost. Auf Wiedersehen. Gleich nicht vergessen meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Passt noch einity. Bis zum nächsten Mal.